Arminia Bielefeldt ist das Team der Saison. Völlig verdient hat man die Radkappe bekommen, jetzt geht's ab in die Bundesliga. Elf Jahre hat die Arminia auf diesen einen Moment gewartet. Die beste Offensive, die beste Defensive, dazu ein riesiger Vorsprung vor der Konkurrenz. Ein halbes Jahr stand Arminia nonstop an der Tabellenspitze. Ne Analyse ist also wirklich überfällig. Vier Gründe gibt's für den Erfolg. Welche das sind, klären wir jetzt. Starten wir direkt mit Grund 1, die Finanzen. Vor zweieinhalb Jahren war Arminia Bielefeld so gut wie pleite, die Insolvenz drohte. Ca. 30 Mio. Euro Verbindlichkeiten drückten auf den Geldbeutel. Gerettet hat den Verein das sogenannte Bündnis Ostwestfalen, das ist eine Gruppe von Unternehmen aus der Region. So etwas ist wirklich einmalig im deutschen Fußball. Geschäftsführer Markus Rejek meinte dazu, Zitat, Die Unternehmen verfolgen keine Eigeninteressen, sondern wollen helfen, Arminia als Kulturgut und als Aushängeschild national für den Standort Bielefeld zu unterstützen. Jetzt ist Arminia Bielefeld dank ihnen schuldenfrei. Die Investoren haben frisches Geld in den Verein gepumpt, unter anderem das Stadion, also die Bielefelder Alm haben sie gekauft. Dank des Geldes gab's eben keinen Ausverkauf, die Säulen, also die wichtigsten Spieler blieben da. Seit Jahren wächst ein Team zusammen, das ist eine Einheit. Bringen wir's auf den Punkt, das Geld ist der Grundstein für den Erfolg, davon profitiert man jetzt. Grund 2, und das ist das Offensichtlichste, die Knaller-Offensive. 65 Tore hat Arminia Bielefeld erzielt, das ist der beste Angriff der Liga, und zwei Namen sind da besonders wichtig. Andreas Vogelsammer mit 12 Treffern und sein Kollege Fabian Kloos, er ist sogar Torschützenkönig mit 21 Treffern. Das heißt, die Hälfte aller Tore haben die beiden erzielt. Aber vor allem Kapitän Kloos darf ihn jetzt nicht auf diese eine Fähigkeit beschränken. Er hat immer ein Auge für die Mitspieler. Ihm ist wichtig, die Kollegen in Szene zu setzen, er ackert viel, stellt seinen Körper in die Zweikämpfe. So ist er einfach ein perfekter Leader und eben kein Egoist. Insgesamt 10 Vorlagen hat Kloos auf seinem Konto. Dazu kommt ein weiterer Fakt, die Offensive ist sehr variabel, das darf man nicht unterschätzen. Viele verschiedene Spielertypen stehen zur Verfügung. Egal wie der Gegner spielt, egal wie's gerade steht, Arminia hat die Chance mit dem Wechsel darauf zu reagieren, beziehungsweise das Spiel zu verändern. Ein Beispiel. Die Außenspieler. Da haben wir auf der einen Seite Sebio Suku, der ja sehr viel dribbelt, oder Joe Kloos, der gerne mal aus der zweiten Reihe abzieht. Gut, er verlässt jetzt den Verein und geht zurück nach Frankreich zum RC Lens. Der Kader hat die perfekte Chemie, sowohl menschlich als auch sportlich. Und deshalb ist Arminia Bielefeld am Ende aufgestiegen. Grund 3. Die Ernährung. Hier wurde einiges umgestellt. Vor den Spielen gibt's kein Fleisch mehr zu essen. Stattdessen gibt's nur noch vegane Dinge, die deutlich leichter zu verdauen sind. Der Grund ist relativ simpel, Fleisch liegt lange schwer im Magen. Im Verein hat man die Spieler sensibilisiert, es gab Schulungen bzw. Vorträge, ihnen wurde gezeigt, wie man auch ohne Fleisch lecker und nahrhaft kocht. Also die gesunde Ernährung stand da einfach im Mittelpunkt. Der Tagesablauf sah dann so aus. In der Früh gab's zum Müsli entweder vegane Mandel oder Hafermilch, alternativ noch die klassische Kuhmilch, also jeder konnte das wählen, was er wollte. Mittags gab's dann aber keine Fleischprodukte, anders als früher. Ein Fan davon ist Nils Seufert, immer wieder warfen ihn muskuläre Probleme bzw. Verletzungen zurück. Die Lösung? Hör mal, vegan essen. Er hat dazu gesagt, Zitat, Ich fühle mich einfach gut im Training, aber auch außerhalb des Trainings. Es ist einfach so, dass ich mich ein bisschen wacher und agiler fühle. Topfit ging er dann ins Saisonfinale, dort spielt er regelmäßig ohne irgendwelche Zwischenfälle. Und das ist kein Einzelfall. Arminia Bielefeld ist generell eins der fittesten Teams der Liga. Kaum Verletzungen gab's in dieser Saison, obwohl der Spielstil brutal anstrengend ist. Arminia ist das laufstärkste Team der Liga. 4.013 Kilometer war man auf dem Rasen unterwegs. Zwei Spieler will ich da besonders hervorheben. Marcel Hartl. Die gesamte Saison hat er Gas gegeben. Im Schnitt ist er 12,07 Kilometer gelaufen. Und Manuel Prietl im Schnitt 11,83 Kilometer. Beide sind extrem wichtige Stützen im Team. Arminia Bielefeld hat nen ganz klaren Plan. Auf und abseits des Platzes. Und alle ziehen an einem Strang. Grund 4. Trainer Uwe Neuhaus. Ihm kann man eigentlich nicht genug danken. Seit Dezember 2018 ist er da und zu dem Zeitpunkt steckte die Arminia im Abstiegskampf. Seine Analyse. Okay, die defensive Grundordnung ist schon mal gut, da brennt nicht viel an. Dementsprechend konnte er sich auf die Offensive konzentrieren. Tja, und plötzlich ging's steil bergauf. In der Rückrunde entwickelte man sich zum zweitbesten Team der Liga. Und das war kein Zufall. So ging's nämlich direkt weiter. In dieser Saison hat die Arminia gleich mal einen Rekord aufgestellt. Sieben Auswärtssiege in Folge. Dank dieser Konstanz kam der Erfolg. Das Ziel sollte eigentlich sein, im Windschatten der großen Klubs zu stehen. Zitat. Wir sind von den Einzelspielern sicherlich nicht die am stärksten besetzte Mannschaft. Aber der Erfolg und der Glaube daran kann schon einiges bewirken. Ja. Arminia Bielefeld hat ne ganz klare Philosophie. Offensiver Fußball. Mutig sein, sie nicht verstecken. Das Ziel ist, keine langen Bälle nach vorne zu kloppen, um sich zu befreien. Stattdessen soll mit flachen Kurzpässen das Spiel eröffnet werden. Egal, wie riskant das ist. Logisch ist, genau für diesen Spielstil braucht man sehr viel Selbstvertrauen. Hier ist der Torhüter wichtig. Stefan Ortega. Er ist, finde ich, der spielstärkste Torhüter der 2. Bundesliga. Extrem sicher am Ball. Bei ihm beginnt in der Regel der Spielaufbau. Da strahlt er extreme Ruhe aus. Das hilft dem gesamten Team. Uwe Neuhaus krönt jetzt seine Karriere. Seit 25 Jahren ist er Trainer. Zum ersten Mal wird er bald in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen. Also, herzlichen Glückwunsch. Wirklich ne tolle Saison hat Arminia Bielefeld gespielt. Der Aufstieg ist zu 100 Prozent verdient. Nur zwei Mal hat man verloren und das ist ne Ansage. Jetzt mal die Frage an euch. Wie wird sich der Klub in der Bundesliga schlagen? Schreibt mir gerne eure Prognose unten in die Kommentare. Trainer Uwe Neuhaus hat schon angekündigt, grundsätzlich bleibt die Spielidee gleich. Wobei man ein paar Dinge anpassen muss. Logisch, die Konkurrenz in der Bundesliga ist qualitativ deutlich besser. Was das Geld angeht, wird's für die Arminia ne sehr harte Aufgabe. Sportchef Samir Arabi meinte, Zitat, Ja, bei Arminia Bielefeld wird mit nem Etat von ca. 20 Millionen Euro gerechnet. Damit ist man das Schlusslicht der Bundesliga. Abschreiben würde ich sie trotzdem nicht. Geplant sind 5-6 Neuzugänge. Ablösesummen will man aber nicht bezahlen. Es wird also ne heftige Saison. Aber Leute, keiner hat dieses Jahr mit nem Aufstieg gerechnet. Die Arminia hat's trotzdem geschafft. Jetzt wird mit Sicherheit kaum jemand mit dem Klassenerhalt rechnen. Vielleicht schafft die Arminia ja wieder mal ne Überraschung. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. So Leute, wisst ihr, was Arminia-Fans nie sagen würden? Wenn nein, checkt mal das Video von Wumms aus, hier ist es verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao! 4 4 5 5 6 5 6 7